Ja, es war ein einzigartiges Erlebnis, besonders so die Mischung aus Spiritualität, Sport und der christlichen Gemeinschaft. Besonders schön, mit einer kleinen Gruppe von jungen Leuten hier in der schönen Landschaft in den Bergen unterwegs zu sein. An seine auch körperlichen Grenzen zu stoßen und gemeinsam diese Grenzen zu überwinden und neue Erfahrungen zu sammeln und sich gegenseitig immer wieder zu ermutigen. Das waren tolle Eindrücke, die man hier sammeln kann und ich kann es jedem nur empfehlen, hier mitzumachen. Musik 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 Musik